Wir mobilisieren zur Anti-Prix-Jugendkonferenz, weil wir überzeugt sind, dass wir hier in Deutschland gegen die Aufrüstung kämpfen müssen, gegen die 100 Milliarden, weil der Krieg hier beginnt, weil hier Panzer produziert werden und weil die Bundeswehr in aller Welt mit Kriege führt. 100 Milliarden Euro für Rüstung. Davon könnten wir 7,6 Millionen Luftfilter für Klassenräume verkaufen, 5,5 Millionen neue LehrerInnen einstellen oder den Sanierungsstau an deutschen Schulen gleich zweimal beheben. Ich bin Lara Herrlich von Linksjugend Solid Hessen. Wir beteiligen uns dieses Jahr an der Anti-Kriegs-Jugendkonferenz, weil Aufrüstung immer auch sozialen Kahlschlag bedeutet. Deeskalieren und Abrüsten. Klimaschutz funktioniert nur gemeinsam. Wir als Naturfreunde Jugend fordern einen Stopp dieses Krieges. Dazu auch endlich einen Stopp der klimaschädlichen Aufrüstungsspirale. Die Jugend muss sich jetzt klar gegen Aufrüstung positionieren. Deshalb kämpfen wir auch gegen Jugendoffiziere an Schulen und für eine Zivilklausel. Wir sagen Nein zu Krieg. Wir brauchen eine Friedensbewegung, die gemeinsam in Aktion kommt und die klar die Hintergründe von Kriegen aufzeigt. Das ist die kapitalistische Konkurrenz, die immer wieder zu imperialistischen Kriegen führt. Die Friedensbewegung muss also eine antiimperialistische Bewegung sein und rufen alle Jugendliche in Deutschland dazu auf, teilzunehmen. Mit Expertenvorträgen und Workshops wollen wir gemeinsam über die Gründe für Aufrüstung und Militarisierung, über die Strategien der Militaristen, die Politik der Europäischen Union, die Doppelmoral bei den Geflüchteten, über den Kampf um eine Zivilklausel, Jugendoffiziere in den Schulen, den Kampf für Frieden, über Gewerkschaften und vieles mehr diskutieren. Insbesondere wollen wir uns erarbeiten, wie wir gemeinsam gegen Krieg und Aufrüstung aktiv werden können. Also, komm am 23. April nach Frankfurt am Main zur Antikriegsjugendkonferenz.